Zwei Wochen Quarantäne. Das wird lustig. Was passiert denn so in der Welt? Zwei Wochen Das halte ich nicht aus. Das muss ich tun. Ja, es gibt doch nichts besseres als ein bisschen Abwechslung. Ich werde noch wahnsinnig. Hat der Mensch etwa verlernt, sich zu langweilen? Haben uns die sozialen Medien und das Dauerangebot an anderen Ablenkungen etwa so sehr verwöhnt, dass wir nicht mal mehr zwei Wochen verbringen können, ohne irgendetwas zu machen? Kann man in der Gesellschaft nicht einfach mal eine Pause machen und nur innehalten? Oh... Oh... Ja... Ja... Ball... Ball... Fähig! Ja... Ball... Ball... Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay.